Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier mit einem wundervollen Video über Sila und Halil Ibrahim Ceyhan. Der berühmte türkische Schauspieler Solo Türkoglu bestätigte die Liebesbehauptungen mit einer Last-Minute-Erklärung. Diese Ankündigung stieß bei Medien und Fans auf große Überraschung und großes Interesse. Die Bestätigung von Sila Türkoglu's Liebesansprüchen beantwortete die lang erwartete Frage. Diese Vorwürfe lösten weitreichende Resonanz in der türkischen Boulevardpresse und in den sozialen Medien aus. Diese Aussage über Sila Türkoglu's Liebesleben scheint darauf hinzudeuten, dass die Beziehung offiziell geworden ist. Darüber hinaus soll mit dieser Stellungnahme den ständigen Spekulationen der Medien und Fans über sein Privatleben ein Ende gesetzt werden. Diese Aussage des berühmten Schauspielers betonte, dass er Liebe und Glück gefunden hatte und teilte diese gute Nachricht mit seinen Fans und den Medien. Diese Aussage über Sila Türkoglu's Liebesleben stieß bei ihren Followern, die sich sowohl für ihre Karriere als auch für ihr Privatleben interessieren, auf großes Interesse. Sila Türkoglu's Aussage über ihr Liebesleben ist ein spannender Auftakt für Fans, die sehnsüchtig auf weitere Details über sie warten möchten zukünftige Entwicklungen und Beziehungen. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.